Der stand falsch rum. Das kann ich mir bei den Tanks auch immer nicht merken. Ne, warte mal. Jetzt füllt der sich doch. So leert er sich. Ist das vielleicht doch mit der Pumpe mit viermal Dingen doch ein bisschen suboptimal, weil... Was ist da jetzt drin? 145 Buckets. Das ist ja wie gar nichts. So, ich reiße jetzt beabsichtigt erstmal hier die Wand weg. Denn ich möchte das so gut es geht machen. Und zwar... Das da hin. So gut es geht, möchte ich es machen. Klingt auch irgendwie schon wieder so... Wovon redet der? Was, was redet der? Was machen Sachen? Sowieso irgendwie alles hier schon wieder... Weil die Hälfte... Na, nicht die Hälfte, aber einen großen Teil von allem, das ich jetzt ausgehoben habe, werde ich sowieso gleich wieder zumachen. Habe ich nicht noch irgendwo... Da haben wir doch ein paar Fackeln. Das ist verkehrt. Aber das macht nichts. Wir holen hier einmal kurz ein Kuppertzeug raus. So. Das ist aber trotzdem... Falsch hier. Oh, komm, das nehmen wir gleich mit hier, das Zeugs. So. Reißen wir das Ganze... Ach, guck mal, da haben wir auch noch Eisen rechts von mir. Das ist alles hervorragend. Gerade das Eisen. So, machen wir das Ganze mal zu hier. Wieder. Teilweise. Zu der wunderbaren Musik von... Dem begnadeten Künstler Balloonhead666LP. So. So. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, heute überhaupt nicht die Folgen mitgezählt. Beim letzten Mal. In der letzten Aufnahmesession. Da habe ich ja tatsächlich... Akribisch... Immer wieder nach links geguckt. Und habe die Folgen mitgezählt. Kann sein, dass wir jetzt tatsächlich schon über die 1000 hinaus sind. Lass mich mal überlegen. Das kommt ja nicht ganz hin. Ich war ja noch an der Tür zwischenzeitlich. Keine Ahnung. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß es jetzt gerade nicht. Weil zur 1000, das wird ja auf jeden Fall eine Special-Folge werden. Also ich gehe jetzt mal nicht auf die Folge 1000 ein. Überhaupt nicht. Weil es kann jetzt ja sein, dass ich jetzt vielleicht gerade bei irgendwie 999 3 bin. Wie ich ja schon mal erzählt hatte. Oder ich muss halt ein paar Mal 999 machen, um auch an eine echte 1000 zu kommen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dem Gild war, also bei Gronkh war. Ob das vielleicht der gleiche Grund war oder ob der einfach nur dämlich ist. Wenn ich das mal so... Wenn man das so ausdrücken darf. Ja, ich darf das. Ich weiß, aber trotzdem. Man kann ja auch mal ein bisschen nett sein, ne? Zu seinen Mitmenschen. Gerade ich. Natürlich, natürlich. Spinnen wir nicht rum hier. So, jetzt reißen wir noch das ganze Gravel-Gedönse raus. Das Gravel-Gelumpe. Und dann geht er jetzt los hier den nächsten Tank. Fertig zwiebeln. Ja. Der hier, ne? Der war sehr wichtig. Der musste sein. Der musste so sein. Hat einen Scheiß, der schon wieder labert hier. Unglaublich. So, dann hier alle schön zumachen. So, lalalalalala. Lalalalalala. Und noch mehr lala. Äh. Mann. Das ist doch schon wieder falsch hier. Das hier ist doch schon wieder Käse. Das wird schon wieder genauso gemacht, wie da eben gerade. Wollte ich doch gar nicht so haben, Mann. Wollte ich einen tiefer haben. Den möchte ich nicht ebenerdig haben. Auch wenn ich weiß, dass man bei den Flüssigkeiten eigentlich meistens gar nichts mehr erkennt. Dennoch möchte ich den ebenerdig. Äh. Nicht ebenerdig haben. Einen tief. Ja. Das ist voll richtig so. Hör mal auf. Das muss so sein. Not really. Aber okay. So. Dynamic Glass. Machen wir anders hier mit dem Dynamic Glass. Das machen wir nämlich so. Finde ich viel besser. Ne, doch. Warte. Nein. Nein, 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 ja. Dann brauchen wir erneut zwei Ventile. Einmal so. Und dann brauchen wir noch mal das volle Glas. Böp. So. So. Der Öltank füllt sich weiter. Das ist gut so. Das soll er auch. Der wäre jetzt natürlich fertig. Aber das ist jetzt erstmal Mumpe. Und dann reißen wir hier nochmal. Ah, der immer diese Gravel. Mann. Also jetzt langsam so viel Gravel brauchen wir dann auch nicht. Muss aber langsam mal Schluss hier. Zack. Den da rein. Da lasse ich auch gleich offen. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Nein, da ist nix weiter. Nehmen wir die mal weg. Habe ich den jetzt? So ist er an. Ne, ist gut. Dann wieder aus. Fackel hin. Gut. Wir brauchen trotzdem noch immer eine Painting-Machine. Painting-Machine. Und was zu fordern? Warte mal. Wenn ich jetzt die 64 Kartoffeln in der Tasche habe, dann frage ich mich jetzt allen Ernstes, was habe ich vorhin in den Ofen gepackt? Nischt oder wieder irgendwas anderes. Wieder irgendwas Falsches. Aber wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist, womit wir uns noch nie beschäftigt haben, so richtig, mit dem Braun. Ich meine, das Braun, äh, nö, war richtig. Okay. Packen wir die gleich nach. Ähm, ich meine, das Braun in Minecraft ist scheiße. Ohne Frage. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich ist das Mist. Aber trotzdem, mir ist mal aufgefallen, wir haben uns damit noch nie auseinandergesetzt. Noch nie nicht. Nein, nein, nein. Painting-Machine. Genau, ich musste gerade mal überlegen, was wir jetzt wollten, was ich jetzt wollte. Painting-Machine. Und wir fangen damit an. Wop. Äh, ist das Glas oder? Äh, äh, Zähne knirschen, das Ganze noch mal bauen. Übrigens sehe ich hier auch gerade, hier sind die Basic. Control-Circuits. Erstmal einmal geguckt, ob wir von dem anderen nicht noch irgendwo was haben, aber das sieht nicht danach aus. So, das dann hier in der Mitte. Das, 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 das. Äh, und dann Iron drumrum. Genau. Fertig ist der Machine-Chassis. Das Machine-Chassis. Whatever. Dann kommt das einmal so. Und dann den Stahl einmal so. Ein Diamanten. Nur Quarz haben wir keins hier. Sollte, müsste, könnte, haben wir hier. Zweimal Quarz und ich sag mal, wir hätten noch. Wäre jetzt nicht das Problem. Könnten eigentlich auch noch mal ein paar Bü, 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 ja, bei Gelegenheit verzaubern. Was ist da jetzt falsch? Äh, das war kein Stahl, das ist Electrical Steel. Gut. Also, wir haben kein Electrical Steel zur Zeit. Wie viel brauchen wir denn davon? Eins, drei, drei, vier, fünf. Fünfmal. Dafür brauchen wir also fünfmal Eisen. Warte mal, ich werde erstmal das Inventar ein klein wenig leerer machen. Das Gravel-Gedönsken mal weg. Okay, wir brauchen viermal Steel. Und dann brauchen wir die Dinger hier. Ja, Clay ist das genau. Musste gerade mal überlegen. Irgendwo hatte ich doch noch vorhin... Ja, komm, hier, machen wir den ganzen Stack draus. Nee, das ist nicht richtig, mein Freund. Das ist nicht richtig, was du jetzt vorhast. War das so? Ja, das geht so. Das ist nicht ganz richtig. So, wir brauchen nämlich die Dinger. Das ist das hier so Clay Block halt. Die brauchen wir. Und dann brauchen wir Kohle, ne? Kohle Powder. Wie kriegen wir denn jetzt? Ah, okay, na, pass mal auf, da werden wir, da werden wir uns jetzt irgendwo gleich, wir haben ja hier, äh, wo haben wir sie? Wollen wir sie? Hier haben wir sie. Wenn wir die Obsidian-Spitzhacke mit Silk Touch drauf, weil es besteht eine geringe Chance, dass da noch anderes Zeugs bei entsteht. Lass mich mal einmal kurz nochmal schauen. Nee. Na, spring weiter. Dreimal, dann kommt da noch 60-prozentige Chance, Pulverized, okay, Cobblestone, und es besteht halt die Chance, dass ein Diamant bei rumkommt. Weil Sulfur, Jusis, wüsste ich jetzt spontan nicht, das werden wir nicht brauchen, das werden wir erstmal nicht brauchen, da kommen wir vielleicht später zu. Ja, dafür werden wir, oh, ja, oh, oh, ho, 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 Junge, aber haben wir aber noch ho, oh, ho, 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 ho. Werden wir das Zeug noch brauchen, oh, hör mal auf, hol mich durch, du, hol mich durch, da können wir eigentlich auch mal gleich brennen. Äh, klein. So, da kommt jetzt Silikon raus, denke ich, meine ich zu wissen. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass ich mich da jetzt nicht täusche. Ja, da kommt Clay mit raus, siehste. Sag ich doch. Und das hab ich immer viel gemacht, so Die Wolf 20 Packs und so weiter. Ein Stack von dem Clay, oder ein Stack von diesem Clay, von den Blöcken, durchgejaucht und dann so lange immer wieder den Clay da durchgebraten, bis man dann quasi genug Silikon zusammen hat.